Seit Monaten verheimlichen wir euch etwas. Lange genug haben wir geschwiegen. Ich konnte ja verraten, wir haben für dieses Jahr wirklich schon krasse Sachen geplant. Und ich glaube, wir haben noch nie etwas so krasses geplant. Aber das war aber schon seit 2-3 Monaten. Das wird man nicht richtig verraten. Doch jetzt lüften wir das Geheimnis. Mein Name ist Fabian Grischkat und ich gehe auf den EUR Roadtrip. Ist super gut, ne? Fabi, glaubst du es wäre nicht besser, wenn wir auch mitkommen auf den Roadtrip? Ja, ich glaube es ist eine gute Idee. Komm. Wir sind Jungs vom Kanal Grischi Studios und wir sehen uns auf dem EUR Roadtrip. Sag mal Jungs, braucht ihr nicht noch jemanden mit einem Führerschein? Wir sind Jungs vom Kanal Grischi Studios. Und ich bin Dustin. Und wir sehen uns auf dem EUR Roadtrip. Was ist denn jetzt? Hallo Leute, ich bin Pablo und ich bin auch dabei. Wer von euch hat Pablo eingeladen? Nein, ich auch nicht. Das ist noch nicht mein Pablo, das ist ein scheiß Besen. Das ist ein Dubel. Wer im Urlaub ist, dann ist Pablos Dubel immer da. Also nehmen wir den mit? Ja, wir können einfach bei uns in den Kofferraum packen. In den Kofferraum? Okay. Wir nehmen den mit. Pablo! Ich wusste, ihr vergesst mich nicht los. Und was machen wir jetzt? Bläitz! Bleib! Längse. Gl authentication! Ich wollte das!